moin leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft sora und ja diese folge wird etwas besonderes passieren nein kein schlamm also wir wollen nämlich warte wo ist maxim jetzt schon wieder warte was ist das warte 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 nachricht an platin oh ne bitte nicht hey platin darf heute den kampf gegen bonn starten werde ich sicherheitsmaßnahmen für unser dorf treffen ihr schafft das ohne mich lg maxim okay dann müssen wir wohl ohne markt aber ich denke maxi wir dann irgendwie ein bisschen das darf fahren oder so was um hier unser dorf zu verteidigen denn wir wollen nämlich dies diese folge bonsch besiegen weil ich hab nicht kunst denn er hat nämlich ziemlich ziemlich rumgemuckt und ja ich will ihn endlich loswerden ich habe keine ahnung auf was passieren wird ich vertraue da einfach maxim ich vertraue da einfach maxim dass der dass er auf unser dorf aufpasst und ich bin gespannt was wir müssen erst mal gucken wie die überhaupt besiegen können und dein haus ist mal wieder wenn du das macht es nicht besser das lässt das haus nur noch stärker regenerieren also mit diesem zeug da egal wir gucken aber kurz beim professor vorbei kommt leute zum professor glaubt glaubt es ist in meinem haus mit meinem schwert professor die zeit ist gekommen ja wir wollen bonsch richtig schön klatschen kann beginnen dann würde ich sagen jetzt die ich meine rüste und es wird ein sigal an die mal losgeschickt die man ja die man konnte uns helfen die hat okay das war wichtig das wäre wichtig okay was mit den herzen aber also was mit den warten sie ich muss kurz meine kopfhörer ein kopfhörer helmen einen moment okay so hallo spricht hier nie mal hallo guten tag ist ja ja hallo kontakt mit zählen an er die haben ja hallo ausgesst komm mal ein kommender in der kampfhörer wie es ist die krieg ist das gegen politik ja und vor allem auch noch was sagt okay 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 ich komme mit dem kopf weil ich die kussikus aus okay bis gleich dort und bis zu gehen okay jetzt wurde er angefordert jetzt so platin dann habe ich noch eine kleine maßnahme das war schwer aufzutreiben aber ich hab's bekommen das ist für dich es ist wie eine droge einfach in den mund nehmen und es erfüllt sein speck jetzt habe ich goldene herzen auf egal okay das ist cool nicht ausruhen wir müssen jetzt in den krieg okay wir warten jetzt auf die ma und dann und dann ist krieg die vorherigen nacht nicht viel geschlafen ich habe zum ersten mal erwachsenen kohler erwachsenen kohler nähe da menschen ich habe ich dir nicht erlaubt das nicht gehört ausspucken mann wie lange dauert das denn noch aber ich kann man die hausaufgabe glaube ich mal wegräumen oder ich habe ja noch eine to-do lässt sich hier laser kann herstellen die ma da ist die ma da ja wir gucken mal wann wir das ding bauen ich so bin ich der einzige der da oben nicht hin kann ohne von laser doch nöcher zu werden ich weiß nicht die ma ey was geht na alles gut das ist dass unser von bello eliminieren nein nicht eliminieren nein nein nicht eliminieren nicht eliminieren bello ist ein guter hund er kommt manchmal komische tage aber wenn du ist ein guter hund okay okay dann füllen wir das nachher mal okay die ma du kommst jetzt zum ersten auf den mond freust du dich auf den mond ja auf den mond es gibt ja sonne und mond und auf den mond kommst du ja wir sind da wir sind gleich da okay wir sind da hallo ich bin platin und ich oh das ist cool was das denn für ein ding du kennst gar nicht ich habe keine ausrüstung mehr das sieht nicht nach militär aus ach stimmt ich bräuchte auch noch neue oxygen tanks das stimmt okay dann habe ich jetzt die sachen ja auch ausgerüstet perfekt fertig nice die sachen passen nicht ich will diesen poncho killen ich will auf wiedersehen okay bis gleich willkommen nach viel glück glück viel glück professor überlegen sie das ja wenn nicht glaubst du tut das weh dann werde ich nie vergessen nein du musst weg da du musst weg da ach gott viel glück es brennt hilfe oh gott ich muss testen ob sie bereit sind ich bin bereit wieso haben sie das gespürt nein habe ich nicht okay sie sind bereit ich hoffe mal für sie es wie gespürt haben aha okay ja ja alles gut ich hab ich hab nein ich will ich okay dann komme ich als nächstes ey warte mal was ist das für ein explod einfach ein nein einfach warten nein einfach warten sie müssen einfach abwarten okay viel glück man sieht sich dann auf dem mond ich habe angst ich meine natürlich habe keine angst okay man sieht sich oh gott ich will dich als letztes fliegen das schaffst du das schaffst du nein doch das schaffst du ja du weißt wie das ganze funktioniert richtig ja okay okay gut dann du warst ja schon mal auf dem mond also man sieht sich tschüss bello bis gleich und bis gleich oh gott ich hoffe alles geht glatt nein tschüss oh gott oh gott es ist alles nicht auf explode drücken nein ich ich klicke nicht auf explode alles gut tschüss bis gleich gleich und los geht's okay wir fliegen hoch ich hoffe es geht alles gut ich hoffe oh man sieht hier von oben oh gott da sieht man auch die explosion ah jetzt sieht man noch mehr noch mehr viel ui so sieht unsere welt aus nicht schlecht okay ich bin gespannt wie alles abläuft und jetzt werden wir bond so richtig mal zeigen wo der hammer hängt da freue ich mich drauf weil der war so arrogant der hat das echt mehr als mehr verdient okay wir fliegen runter wir fliegen runter oh gott okay das war nicht so gut glaube ich slow down slow down slow down wir sind alle auf einem platz okay gut okay wir sind auf dem mond okay leute es geht jetzt los mit dem kampf nehmt die pillen und pillen okay was sind was was für pillen okay nimmt der hund auch die pillen oder ich weiß es nicht gib mir auch welche ja okay dann würde ich sagen oh bonch hat inzwischen seinen turm geupgradet oder so oh gott okay ich hab ne brechsteine dabei okay das ist gut dann können wir da direkt einbrechen okay leute kommt mit zwei rocket launch komm mit es geht los es geht los es geht los es geht los ist diesmal egal ob wir irgendwie langsam oder sneakend oder sowas sind einfach drauf los wer ist der kommandant drauf ich 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 weiß es nicht einfach irgendwie drauf los egal wie einfach irgendwie ankämpfen oder so ich brech die Tür auf ich brech die Tür auf okay dann brech die Tür auf da ist gar keine Tür okay perfekt ich merke es aber egal egal das ist noch besser dann brauchen wir keine Zeit zu verschwenden aufspreng so okay 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 ich geh hoch der Plan okay okay wir reden schon was ist hier denn passiert wo wollen wir die Taktik von damaligen Zeiten nehmen hallo bonch hallo bonch na bonch ihr wollt wirklich nicht abhauen ihr wollt wirklich nicht voll diesem Mond weg bleiben es geht mir auf die Nerven dass sie ständig in mein Revier einbricht und extra mit diesen kleinen Bengel diesen dummen Hund und noch euch beiden die ich am meisten hasse okay bonch hör mir zu hör mir zu endlich mal da bonch okay also als erstes mir wurde eine Rüstung gemacht womit ich jetzt endlich es mit dir aufnehmen kann und du wirst jetzt seinen letzten Tag haben denn der Mond gehört nicht nur dir und deine Art alleine regt mich extrem auf entweder du wirst sich ergeben und in den Knast mitkommen oder wir machen nicht alle lies das bonch wer hat wohl den Krieg angefangen hä du hast den Krieg angefangen du hast uns hier als erstes verscheucht okay also okay also aber dass du stirbst okay wir klären wir klären das hier draußen das euch nicht gehört yeah okay wir klären das draußen los bonch ich werde euch wirklich büßen lassen für das was ihr getan habt aber wenn ihr wirklich kämpfen wollt dann kämpfe ich doch gerne gegen euch ja wir wollen kämpfen auf jeden Fall Feuer frei Jungs Leute der Krieg beginnt der Krieg beginnt ich glaub an euch ich glaub an euch Minigarten so bonch das ist so dein letzter das ist so dein letzter Tag ne Jo das war's mit dir das war's so was von mit dir wollte ich wirklich dich hin das Ding ist ich benutze gerade deine eigene Waffe gegen dich ihr Menschen seid doch noch immer dasselbe ich oh Gott oh Gott ah schau ich dachte wir hätten ihn fest dich nur nicht in Ruhe oh Gott ihr habt schon immer was gegen mich ihr habt gegen meine Raste gegen meine Armee er hat den neuesten 96 nur Nervtöten gebeten er hat echt den neuesten Schnee geknackt aber wir auch wir auch das ist gut also okay du hast uns so ne Martin ich hab eine Überraschung für uns dabei oh oh was denn es sind die Atombombe es sind die Atombombe Atombombe ich hab dir nicht dabei warum nein du hast du vergessen oh Gott Leute bonch ist ganz da hinten los 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 wir folgen ihm Leute er wird uns nicht entkommen ich hab nen ich hab nen Lenkraketenwerfer wir werden ihn so besiegen bonch einfach nur weil du so absolut arrogant zu uns warst einfach nur deswegen töten wir dich du warst von Grund auf abweisend zu uns obwohl wir wollten einfach nur in Frieden kommen wir wollten einfach nur in Frieden kommen wir wollten einfach nur in Frieden kommen und du wolltest uns direkt töten also töten nicht direkt aber du wolltest uns erstmal von dem Planeten wegscheuchen wir haben sogar gesagt wir kommen in Frieden Müsstet Granaten aufhören Granaten ok ja ich muss Abstand halten Ech dir nur so jetzt komm her oh Gott was piept so laut ok ich will meine Sonic Rifle noch auf jeden Fall aufsparen ich will meine Sonic Rifle auf jeden Fall noch aufsparen ok Leute wir können es eigentlich so sehen ganz ehrlich der hat so gut wie keine Chance bonch komm her ich geh in den besten Schmild fährst du da mit deinem Sohn und die Sachen ab und zu ich hab mich da getroffen ok ich geh auf ein bisschen Nahkampf wo's bonch wo's bonch hier ich geh ein bisschen auf Nahkampf ach Gott ich muss kurz reloaden ah ich hab keine Munition mehr Mist ich geh auf Nahkampf ne Runde ich geh auf Nahkampf ne Runde ich geh ne Runde auf Nahkampf alt gewunden aufleben zu lassen ist nie eine gute Idee so oh Gott Professor ich hab's euch schon damals gesagt ich leg euch nicht ins Sachen rein in dem es euch nicht angeht ok so komm her bonch komm her du denkst wohl du bist super stark wir sind auf jeden Fall super stark das kann man sagen sind wir ja auch fuck du bist wirklich mehr einsichtiger und eben selbstverliebter als alle anderen also du bist der selbstverliebte von uns allen hier das muss man sagen du denkst ein gesamter Planet gehört dir ich denk nicht mal dass die Erde mir gehört denn es dürfen auch noch weitere Leute dort leben jetzt komm her ich nutze jetzt meine Sonic Rifle ich nutze jetzt meine Sonic Rifle ich hab zwar keine Munition dafür aber ich benutze sie ab und zu ich muss aber genau treffen ich glaub so langsam müssten wir ihn haben so langsam so komm her komm her bonch er muss so er ist safe so low wir haben ihn locker gleich ja er kann fliegen er hat nur ich kann auch fliegen ich kann halt ich kann halt sehr hoch springen das ist ein vorteil die Menschen werden die Menschen werden die Menschen werden sterben irgendwann wird die Erde irgendwann wird die Erde irgendwann wird der Planet Zora nicht mehr existieren na kam wo ist er wir werden nicht lange überleben wo ist bonch tu dir zieh ihn tu dir zieh ihn komm bitte 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 Feuer wir müssen es Sonic Rifle ich bin da unten damals so nicht Professor wir müssen ihn holen oh ich hab doch ich hab doch äh Dinges davon Munition komm her komm her komm her ey meine Herzen ich bin fast tot wo ist er wo ist er wo ist er so bonch du bist jetzt so tot du bist so tot du musst du langsam echt tot sein wir haben ihn Leute er ist tot ok das oh mein Gott wir haben es geschafft wir haben es endlich geschafft oh mein Gott finally Professor wir haben es geschafft was wir damals nicht geschafft haben für diesen Sieg eine Feuerwehr ok ich schieße auch mit ich schieße auch mit ich schieße auch mit ok los ich schieße auch mit ich muss nachladen ah finally wir haben ihn oh Gott ouch 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 er ist kaputt ach Gott wir haben ihn und jetzt jetzt haben wir endlich einen freien Mond für alle endlich keinen Typen der denkt ihm gehört der Mond oder so ok Leute das war absolut legendär äh und hab ich es jetzt ernsthaft einfach so geschaut geht es allen gut ja oder? nein ich habe mir was er hat mich getroffen in der Brust oh 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 ich vertaue das wo geht es denn gut also kann man helfen haben Sie eine Bandage für mich Bandage ich habe hier einen ich habe hier einen goldenen Apfel warte 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 nein ich habe das was sie ihn auf jeden Fall retten wird was ist das das ist ein Apfel weil sie ihn verraten das ist ein goldener Apfel das ist ein verzauberter goldener Apfel den müssen sie essen das hast du es bekommen? es ist zu hart ich habe es zu hart ja das ist Vodka oh ähm Vodka ich glaube nicht dass ich glaube nicht dass ich glaube nicht dass Vodka helfen wird na klar ich mach es auf die Wunde drauf nein nicht achso da stimmt dass sie Alkohol haben oh je Alkohol desinfiziert stimmt hast recht geht alles ja ich würde dann sagen fliegen wir weg oh und Platin ich habe eben die 64 Gold verbarmen bekommen 64 ok auf Wiedersehen wir treffen uns auf der Erde ok ich flieg mit man sieht sich dann gleich bis gleich ok wir fliegen wir fliegen wir fliegen das war echt ein ziemliches Abenteuer oh Gott und wir haben jetzt Bonsch besiegt ernsthaft? ok aber die Frage ist ist alles gut bei uns zuhause? das ist wichtig zu wissen ist alles gut bei uns also wenn er jetzt irgendwie einen Anschlag war was bei uns geplant hat oh guck mal da ist das Haus was wir mal befreit haben vor irgendwelchen bösen Leuten ok ich hoffe es ist alles einfach gut es geht schnell nach Hause es geht schnell nach Hause oh Gott ich hoffe es ist wirklich alles in Ordnung wenn nicht dann wäre es echt schlimm Maxim ach stimmt was ist eigentlich mit Maxim ist er inzwischen da oder? ich hoffe er ist da also ich hoffe er hat einfach das Haus beschützt oder halt die Stadt insgesamt so ich geh dann mal hoch aber mit der Rüstung habe ich ihm tatsächlich mal äh Schaden gemacht das ist sehr gut ich hätte nicht gedacht dass es so einfach ist einfach anziehen du machst ihm Schaden aber sehr sehr gut sehr sehr gut ok wir sind da scheint alles wie immer außerhalb da scheint alles wie immer ist der Stuff? ok der Stuff ist auch da ich glaube er hat nichts geplant oder sowas er hatte nichts geplant Bello Bello ist auch schon hier perfekt ok perfekt ok gut dass alle hier gefunden haben geht es sonst allen gut außerhalb außerhalb jetzt dir Dima ist sonst alles gut? mir ist wieder schlecht mir ist wieder schlecht oh ja ok ja schlecht ist mir auch ein bisschen aber Herr Platin ja ich hoffe sie was dass es bei euch besser geht was denn? hier Pillen ah danke für Pillen ok die werde ich mir merken wir bekommen seine Drogen ja nein keine Drogen das sind keine Drogen ok also ich muss jetzt wieder gehen ja zum nächsten Einsatz ich muss Einsatz von Einsatz von Einsatz direkt wieder gehen ich habe keine Pause ich muss direkt wieder gehen ich musste in den letzten Einsatz einsatz für euch ok dann aber vielen vielen Dank für die Hilfe das war echt sehr wichtig also vielen vielen Dank und es tut mir leid falls ihr irgendwie jetzt verletzt wurden oder so ich hoffe alles wird nachher wieder in Ordnung sein ja das wird sicher immer noch gehen darf ich den Hund hier mitnehmen? nein Bello ist unser Hund der bleibt bei uns nein nicht abschießen Versuch was du willst nehmen sie sich in die Granate na danke für die Granate sie ist keine normale Granate ok was ist das denn für eine Granate? ein bisschen eine stärkere Granate also keine normale Granate passen sie auf ok man sieht sich deswegen nutzen sie es nur einen Notfall also ich muss schnell los ok ich hoffe man sieht sich dann nochmal ciao tschüss wenn was ist ruf mich ja ok aber dann würde ich sagen was ist für die Folge ich weiß nicht ob es eine XXL Folge wird aber die wird auf jeden Fall relativ lange gehen und wenn sie euch gefallen hat dann lasst gerne einen Like da und lasst ein Abo da um nichts weiteres zu verfassen und ja ich hoffe oh Gott ich hoffe ihr habt noch einen wunderschönen Tag bis zur nächsten Folge und ciao tschüss 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 tschüss